Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Er war nicht ganz normal, aggressiv. Vom Charakter her war er diabolisch. Wir waren zusammen ja wie zwei kritische Massen, die eine gefährliche Mischung ergaben, wenn sie in Berührung kamen. Los, machen Sie die Kammer und drehen den Scheiß! Das werde ich nicht tun, Herr Kinski. Ich entfernte ihn darauf aus dieser Einstellung. Kinski tobte, ich sei größenwahnsinnig geworden. Ich sagte ihm darauf, dann sind wir jetzt eben zu zweit. Was war der Grund, dass ich mir das antat? He's crazy. That's crazy. That's why we work together. Wir gehörten zusammen. Wir waren bereit, miteinander unterzugehen. Egozentrisch ist wahrscheinlich gar nicht das richtige Wort. Er war richtiggehend egomanisch. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bete mir nach! Und er schrie stundenlang auf mich ein, aber so dicht an meinem Gesicht. Kinski wollte mich gegen meinen eigenen Irrsinn schützen. Er war sehr, sehr lieb mit mir auch damals und hat mich geküsst und hat mich ganz lang gehalten und war ganz, ganz aufgelöst und sehr gerührt auch. Das Einzige, was zählte, war, was letztlich auf der Leinwand zu sehen war. Das war's. Ah!